Margarine ist für viele Menschen der Ersatz für die Butter auf dem Brot. Es wird von vielen als ein kalorienärmeres, nahezu cholesterinfreies Produkt angesehen, welches dazu auch noch sehr streichzart ist und lecker schmeckt. Allerdings wird es von manchen auch als eine gefährliche Alternative angesehen, welche das Immunsystem schwächt, Herzanfälle fördert und einen sehr hohen Transfettsäuregehalt besitzt. Aber was ist eigentlich Margarine und wie wird sie hergestellt? Die Herstellung von Margarine Margarine wird durch die Vermischung einer sogenannten Fett- und Wasserphase hergestellt. Aber Moment mal, Wasser und Fette vermischen sich doch gar nicht. Fett ist ja hydrophob und Wasser lipophob. Oder? Ja. Wasser und Fette sind an sich nur sehr schwer vermischbar. Doch dank bestimmter Emulgatoren kann man die Oberflächenspannung der beiden Phasen herabsetzen, wodurch es einfacher wird, die beiden Phasen zu vermischen. Das Emulgat besteht aus einem polaren und unpolaren Teil. Und da polaren Substanzen hydrophil und unpolaren Substanzen lipophil sind, ist das Emulgat Wasser und Fett liebend. Also Ampifil. Diesen Vorgang nennt man eine Emulsion. Bei einer Emulsion bildet eine Phase in der anderen Phase Tröpfchen. Als Beispiel haben wir hier eine Öl- und Wasser-Emulsion. Das Ampifil-Emulgat kann hier nun eine Bindung zwischen dem Wasser und dem Öl eingehen. Das Gemisch ist also nun homogenisiert. Aber nun zurück zur Margarine. Wie wird jetzt eigentlich Margarine hergestellt? Der Prozess der Herstellung ist an sich gar nicht so schwer. Zuallererst werden Wasserphase, bestehend aus entrammter Milch, Wasser und Kochsalz mit der Fettphase, welche aus verschiedenen Ölen und Fetten besteht, vermischt. Dazu kommen noch Vitamine, wie Vitamin A, D oder E. Auch kommt Carotin dazu, welches der Margarine das leicht geäbliche Aussehen verleiht. Anschließend kommt noch Lecithin dazu. Lecithin ist Ampifil und dient als Emulgator, um die beiden Phasen zu verbinden. Das Gemisch kommt nun in einen Schnellkühler, wo es durch Rühren, Kühlen und Kneten zu fertiger Margarine wird. Diese wird anschließend in einer Verpackungsanlage abgefüllt und dort verpackt. Dies wäre eine sehr schlicht gehaltene Margarine. Natürlich kann man auch noch andere Zusatz- und Geschmacksstoffe hinzufügen. Zum Beispiel könnte man während des Kühlprozesses Kräuter oder Zitronensäure hinzufügen. Aber wie schaut das eigentlich mit selbstgemachter Margarine aus? An sich ist die Herstellung nicht schwer. Zur Herstellung braucht man nur 15 Gramm Kokosfett, ein Esslöffel Olivenöl, ein Teelöffel fettarmer Milch, ein Teelöffel Eigelb und je nach Bedürfnis eine Prise Salz. Außerdem braucht man eine Schüssel mit kaltem Wasser, am besten eisgekühlt, ein Becherglas und eine Flamme. Zuallererst wird im Becherglas das Kokosfett mit einer Flamme erhitzt, bis es flüssig geworden ist. Anschließend wird dem flüssigen Kokosfett unterständigem Rühren Olivenöl hinzugefügt. Das Becherglas stellt man nun in das Eiswasser. Dieses ist so gesagt der Schnellkühler. Unterständigem Rühren wird die fettarme Milch und das Eigelb hinzugefügt. Wenn man will, kann man auch eine Prise Salz hinzugeben. Nun wird die Masse kräftig gerührt, bis sie steif wird. Wenn sie steif ist, ist die selbstgemachte Margarine fertig. Man sollte sie jedoch sehr schnell verzehren, da sie im Vergleich zum industriell hergestellten Produkt nicht steril ist. Aber was ist eigentlich besser? Margarine oder Butter? Bei Butter handelt es sich um ein natürliches Produkt, welches nur aus einem Bestandteil, nämlich Milch, besteht. Margarine hingegen ist ein industriell verarbeitetes Produkt, welches aus vielen verschiedenen Bestandteilen bestehen kann. In Butter stecken wichtige Vitamine, wie Vitamin A oder E. Zu Margarinen kann man jedoch keine genaue Aussage treffen, da jeder Margarinehersteller selbst bestimmen kann, welche Zusatzstoffe in die Margarine kommen. Jedoch werden bei einem Großteil der Margarinen und Vitamine hinzugegeben. Aber wie schaut es eigentlich bezüglich der Transfette aus? Hier schneidet Butter sehr gut ab, da sie nur sehr wenige Transfette besitzt. Bei der Margarine kommt es auf die Art an. An sich kann man Margarinen in zwei Gruppen unterteilen. Weiche Margarinen, welche als Brotaufstrich verwendet werden, und harte Margarinen, welche man zum Beispiel zum Backen verwenden kann. Die weiche Margarine hat auch, wie Butter, kaum Transfette, wohingegen harte Margarine einen sehr hohen Transfettgehalt besitzt. Harte Margarine könnte zum Beispiel sechsmal mehr Transfette als weiche Margarine besitzen. Harte Margarine wird bei der Herstellung gehärtet. Dabei werden zusätzliche Wasserstoffatome in die Fette eingebaut, was zu gesättigten Fetten führt. Aber sind Transfette eigentlich gut oder schlecht für unseren Körper? Die kurze Antwort, sie sind schlecht, da sie das gute Cholesterol absenken und den Abbau von schlechtem Cholesterol mindern. Durch diesen negativen Effekt erhöht sich das Risiko von Herzerkrankungen. Bezüglich der Kalorien gewinnt weiche Margarine, da sie viel weniger Kalorien als harte Margarine und Butter besitzt. Als Fazit kann man sagen, dass weiche Margarine eine gesündere Alternative zu harter Margarine und Butter ist. Jedoch weicht der Geschmack von Margarine und Butter voneinander ab, was für einige zu einem Problem werden könnte. Aber was bevorzugt ihr eigentlich als Brotaufstrich? Margarine, Butter oder etwas anderes? Und warum? Müge Uge Die Untertitelung des ZDF, 2020